Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu news.doc. Draußen sind 35 Grad, ich gehe hier fast ein, aber es gibt eine ganze Menge Spiele-Releases, über die wir dringend reden müssen und es sind auch einige lustige Sachen passiert. Deswegen starten wir direkt mal mit unserem ersten Titel, der diese Woche rauskommt. Morgen schon erscheint Chessim und das ist ein Action-Plattformer mit prozedural generierten Dungeons. Wir nennen das ja eigentlich lieber Metroidvania und genauso sieht das Teil auch aus. Das ist ein richtig schön, klassisches Spiel mit richtig schöner Pixel-Optik. Ich glaube, es hat eine native Auflösung von 384 x 216, ist also absolut was für Retro-Fans und Nostalgiker. Wenn ihr auf Metroidvania steht, dann kommt ihr an dem Ding nicht vorbei. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Am Mittwoch erscheint dann endlich Yakuza Zero auch mal für den PC. Das gibt es schon seit anderthalb Jahren knapp für die PS4 und das ist das Prequel zur quasi gesamten Yakuza-Reihe. Wenn euch die also gefällt und ihr Yakuza Zero auf der PS4 noch nicht gespielt habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit auf dem PC da reinzuschauen. Macht das unbedingt mal, die Yakuza-Reihe ist wirklich, wirklich klasse. Und wenn ihr mit der noch gar nicht vertraut seid, ja dann ist Yakuza Zero sowieso der beste Titel, um damit zu starten, weil wie gesagt, man erkennt es an der Null am Titel, damit fängt alles an. Wer von euch auf leicht bekleidete, aber dafür schwer bewaffnete Frauen steht, für den ist vielleicht Code of Princess EX was. Das erscheint morgen schon für die Switch. Ist ein Port von der 3DS-Fassung und bietet tatsächlich genau das leicht bekleidete Frauen im Anime-Look. Also wenn das euer Ding ist, dann bitteschön. Sehr viel mehr bietet das aber auch nicht. Außerdem erscheint morgen schon Hellblade Senua Sacrifice VR und damit die Virtual Reality-Umsetzung, eines der am meisten diskutierten Spiele der letzten Monate. Ich habe wirklich von allen möglichen Leuten ganz unterschiedliche Dinge dazu gehört. Ich habe es selber noch nicht spielen können, aber die meisten sagten, ich finde es ganz fantastisch. Viele andere sagten wiederum, ich habe da so meine Probleme mit. Jetzt habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, mit der VR-Fassung noch immersiver in dieses wirklich optisch prachtvolle Spiel einzutauchen. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Spiel, was so ein bisschen die Hintergründe von Wahnsinn ergründet und das alles versucht so ein bisschen darzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass das in Virtual Reality richtig gut aussieht und für mich ist das auch so ein ganz klein bisschen der Beweis, dass VR noch nicht wirklich tot ist. Wie viele tatsächlich sagen, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Sagt ihr, VR, da gab es jetzt nicht so viel, war wahrscheinlich nur eine Technikspielerei oder sagt ihr, hey, gerade Titel wie Hellblades Senua Sacrifice, die jetzt als VR rauskommen, wie zuletzt auch Doom, beweisen, dass dieses Genre eine absolute Zukunft hat? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare. Ich freue mich da auf eure Meinung. Und wenn ihr so ungefähr in meinem Alter seid, dann dürfte es euch sehr freuen, dass Forsaken eine Remastered-Fassung bekommt, die schon morgen auf Steam erscheint. Falls ihr Forsaken nicht kennen solltet, dann lasst euch gesagt sein, das war so 1998 mit eins der ersten online kompetitiven Spiele, die unsere Modems zum Glühen gebracht haben. Ist sehr, sehr schnelle Action, aber Vorsicht, auch Garantie für Motion Sickness. Falls ihr das nicht kennt, schaut es euch gerne mal an. Falls ihr Fan seid, dann wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon. Außerdem geht morgen auch die Early-Access-Phase von Rant los und Rant ist ein Titel, auf den habe ich auch schon seit längerer Zeit ein Auge geworfen. Da vermischt sich nämlich teambasiertes Survival mit so einem richtig schön epischen Fantasy-Setting. Das ist quasi so ein bisschen wie Monster Hunter meets For Honor meets Minecraft als MMO. Krasse Mischung, sieht auf jeden Fall richtig, richtig hübsch aus und ist mit Sicherheit ein Titel, von dem wir auf Twitch in nächster Zeit ein bisschen mehr sehen werden. Und wer eher auf richtig schräge Spiele wartet, der kann sich freuen, am Mittwoch auf Steam kommt Regular Human Basketball und da sage ich mal einfach nichts zu, sondern zeige euch direkt den Trailer. If I could be any animal, I probably be any you. Those things human from mid range. It bounces around and falls down. Metro City wins. Alles klar, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Besiege und Forge. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon erwarten kann. Definitiv aber auch ein lustiger Multiplayer-Titel. Also holt eure Freunde ran und spielt eine Runde Regular Human Basketball. Und ein kleines Schmankerl noch zum Schluss. Morgen auf Steam erscheint Hentai Battle Royale. Was ihr mit dieser Information anfangen wollt, das überlasse ich ganz euch. Das waren die Releases für diese Woche. Kommen wir zu den News und dieses Wochenende war ja so ein bisschen das Wochenende der E-Sports. Da starten wir mal direkt mit dem PGI, dem PUBG Global Invitational, das in Berlin in der Mercedes-Benz Arena dieses Wochenende stattfand und für eine ganze Menge Aufsehen gesorgt hat. Nicht zuletzt, weil Flo und ich auf der Bühne mitspielen durften gegen Leute wie Dr. Disrespect und Shroud und Ninja und sämtliche Pro-Teams dieser Welt, die PUBG spielen. Das hat eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich glaube, knapp eine halbe Million Zuschauer auf Twitch haben weltweit zugeschaut. Überschattet wurde das Event aber leider so ein bisschen dadurch, dass nur ungefähr die Hälfte aller Zuschauerplätze besetzt waren, was im Livestream zugegebenermaßen ein bisschen doof aussah. Und tatsächlich daran lag, obwohl die Tickets alle ausverkauft waren für alle Tage, die Leute hatten sich die Tickets nur gekauft, um die exklusiven Skinsets abzustaufen und die dann tatsächlich im Internet, auf Ebay etc. für teuer Geld zu verscherbeln. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade und muss wirklich mal die Fahne hochhalten für die PUBG Corporation, die hier wirklich ein klasse Event auf die Beine gestellt hat und wirklich eine ganze Menge Geld in die Hand genommen hat, um uns Gamern hier ein tolles E-Sports Event zu veranstalten. Ja, und dann kommt nur die Hälfte, weil sie im Grunde nur Geld verdienen wollen. Komisch, dabei heißt es doch immer, die Publisher werden alle geldgeil und nehmen uns Spiele aus. Hier war es irgendwie mal ein bisschen umgekehrt. Trotzdem war es ein fantastisches Event und Flo und ich hatten auch echt eine richtig schöne Zeit auf der Bühne am Freitag bei einem großen Charity-Showdown. Falls euch das interessiert, in den nächsten Stunden kommt hier auf dem Kanal nochmal ein extra Video dazu, da zeigen wir euch Eindrücke vom PGI. Wir waren nämlich auch noch vor Ort und haben in dem War Mode Zone gespielt und es gab Meet & Greet mit uns und wir haben uns die Matches angeschaut und Shroud getroffen und Ninja getroffen und Dr. Disrespect getroffen und wirklich war ganz klasse. Falls euch das interessiert, dann schaut euch das gerne mal an. Außerdem fanden an diesem Wochenende auch noch die Overwatch League Finals statt. Frodo war live vor Ort, wurde quasi eingeflogen und durfte sich anschauen, wie London Spitfire einmal durchrasiert hat und Team Fusion 3.0 im Finale hat stehen lassen. Die nehmen jetzt eine Million Dollar Preisgeld mit nach Hause und spielen wahrscheinlich nie wieder Overwatch, weil sie alle reich sind. Auch hierzu wird es natürlich Eindrücke von uns geben. Frodo hat natürlich die Kamera beigehabt und ein bisschen gefilmt. Dazu gibt es dann später die Woche noch einen Vlog. Und ein kleiner Tipp in Sachen Overwatch noch am Rande von mir. Wenn ihr Bock auf kostenlose Skins habt, dann solltet ihr mal auf Twitch Prime vorbeischauen. Also wenn ihr ein Amazon Prime Konto habt, dann könnt ihr das mit eurem Twitch Konto verknüpfen. Das nennt sich dann Twitch Prime und da gibt es immer mal wieder kostenlose Dinge abzustauben. Diesmal zwei zufällige Skins für den neuen Champion Wrecking Ball und wer von euch die Overwatch League Finals gesehen hat, weiß, ohne den geht gar nichts mehr. Außerdem gibt es da in den nächsten zwei Monaten noch zwei goldene Lootboxen abzustauben und ihr wisst ja, eine goldene Lootbox, das bedeutet einen garantierten legendären Skin für einen zufälligen Champion. Falls ihr also ein Twitch Prime Abo habt, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Overwatch spielt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr eh gerade dabei seid, dann könnt ihr uns gerne auch euer Twitch Prime Abo dalassen. Das kostet euch keinen Cent und das unterstützt uns. Und wir streamen immer regelmäßig. Heute zum Beispiel Montag um 20 Uhr live wieder auf twitch.tv slash drfreud. Gibt es eine Runde PUBG, denn wir haben so ein bisschen Blut geleckt nach dem PGI und gibt bestimmt auch noch eine Runde Ultimate Chicken Horse im Anschluss. Also wird auf jeden Fall lustig. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Aber kommen wir erst mal zurück zu den News und ihr habt es vielleicht mitbekommen. Magic the Gathering, das Trading Card Game, hat kürzlich seinen 25. Geburtstag gefeiert und zur Feier fanden überall große Tournaments. So auch in Shiba Japan, als die komplette Crowd ausgerastet ist, als jemand aus einem Unlimited Booster einen guten Black Lotus rausgezogen hat. Ihr kennt es vielleicht, das ist die wertvollste Karte, die es im Magic the Gathering überhaupt gibt. Aus dem Unlimited Set, was mit eines der ältesten ist. Nicht das älteste, aber mit eines der ältesten ist das so ungefähr 8.000 Euro wert. Das ist aber absolut nichts im Vergleich zu der Karte, die jetzt verkauft wurde. Auch ein Black Lotus, aber aus der Alpha Edition. Gerade auf Ebay ging die Auktion vorüber und brachte dem Besitzer stolze 87.000 Dollar ein. Das ist natürlich eine echt stolze Summe, aber auch kein Wunder, denn der Black Lotus stammt aus der Alpha Edition, der aller, 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 allerersten Edition, die es jemals von Magic the Gathering gab. Da wurden nur 1100 Stück von gedruckt, dementsprechend ist die echt selten und war dann auch noch in einem echt richtig guten Zustand. Da gibt es so eine Skala für, die hat den Wert 9,5 von 10 bekommen, also war fast perfekte Karte. Bringt natürlich eine ganze Menge Geld ein und ich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Findet ihr, dass 87.000 Dollar für ein Stück Pappe, das bedruckt ist, gerechtfertigt sind? Oder sagt ihr so, ey, da hängt halt echt ein riesiges Stück Geschichte dran? Ich finde, das hat einen emotionalen Wert und darf dann auch gerne schon mal was kosten. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Jetzt kommen wir aber noch zu einer sehr absurden News. Die US Army hält seit genau zwei Tagen Street Fighter V Turniere ab. Ja, das ist wirklich kein Spaß. Das Army Entertainment E-Sports Championship, so nennt sich das, ist ein Turnier für Soldaten auf der ganzen Welt, wo sie in Street Fighter V gegeneinander antreten. Das Finale findet dann, glaube ich, im August auf der PAX West in Seattle statt. Und das Ganze wird auch live gestreamt. Wenn ihr da also Bock drauf habt, den Twitch-Channel dazu habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Die haben sich sogar professionelle Caster geholt und ich persönlich finde das mega unterhaltsam. Ist echt mal eine richtig schöne Abwechslung vom Krieg. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir hier ja mal das erste Mal so ein bisschen einen Ausblick darauf, wie die Welt aussehen würde. Gäbe es keine Kriege. Make E-Sports, not war. Zum Schluss gibt es noch was zum Schmunzeln, bevor ich euch hier wegfließe vor der Kamera. Microsoft hat jetzt angekündigt, man will eine künstliche Intelligenz in Windows implementieren, die sich darum kümmert, dass Windows Update dann läuft, wenn es euch nicht stört. Und ich brauche euch wahrscheinlich nichts erzählen, ihr kennt das wahrscheinlich alle eh gut genug. Ihr seid gerade mitten im Match, bumm, Rechner fährt runter, Windows Update wird installiert. Oder ihr müsst schnell mal was erledigen, macht den Rechner an, bumm, Updates werden installiert. Das nervt natürlich. Dagegen will Microsoft jetzt vorgehen und genau genommen sagen sie, wir haben ein Vorhersagemodell trainiert, das korrekt vorhersagen kann, wann die beste Zeit für einen Neustart eines Geräts ist. Das bedeutet, wir werden vor einem Neustart nicht nur prüfen, ob sie ihre Rechner gerade verwenden, sondern auch versuchen zu erkennen, ob sie das Gerät nur kurz verlassen haben, um sich eine Tasse Kaffee zu holen und bald wieder zurück sind. Microsoft, ich hätte da fast noch eine bessere Idee. Implementiert doch einfach eine Option, die uns die Möglichkeit gibt, darüber zu entscheiden, wann ein Update läuft und wann nicht. Es könnte so einfach sein. Ich glaube, jeder weiß für sich selber am besten, wann er ein Update durchführen möchte und wann nicht. Gebt uns doch einfach die Option, die Updates vielleicht auch abzuschalten und dann zu machen, wenn wir sie machen wollen. Ich brauche jedenfalls keine künstliche Intelligenz dafür, die mir sagt, wann die beste Zeit für mich ist, ein Update auf meinem Windows zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr das genauso seht, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich finde das super absurd. Damit sind wir dann auch schon am Ende der News. Wie gesagt, schaut mal in den nächsten Stunden nochmal hier auf dem Kanal vorbei. Da gibt es nochmal ein Video zum PGI, zum PUBG Global Invitational mit allen Eindrücken, die wir da sammeln konnten. Und heute Abend, wie gesagt, auf twitch.tv slash drfreud spielen wir eine Runde PUBG und vielleicht auch eine Runde Ultimate Chicken Horse. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Lasst uns jetzt gerne noch einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Wie gesagt, wir freuen uns darauf, mit euch zu diskutieren und dann sehen wir uns morgen schon wieder bei den Random Game Facts. Macht's gut!